Musik Das ist ja so ein Thema für sich, haben eine pädagogische Ausbildung, aber viele wissen trotzdem nicht genau, wie sie Schüler richtig unterrichten und ihnen richtig was beibringen. Und damit herzlichst Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute eine kleine Runde Bedros 4x2 auf dem lieben Heavy-Server. Wieder mal auf ganz entspannten Hasen. Und ja Leute, ich habe heute das berühmt-berüchtigte Thema, beziehungsweise die berühmt-berüchtigten Personen, Lehrer Leute. Lehrer sind ja so, ist ja so ein Thema für sich, haben eine pädagogische Ausbildung, aber viele wissen trotzdem nicht genau, wie sie Schüler richtig unterrichten und ihnen richtig was beibringen. Und geil, der bleibt in der Luft hängen. Dadurch bin ich auch so aufs Video gekommen, beziehungsweise auf die Video-Idee gekommen. Da wir letztes Zeugnis-Ausgabe hatten, äh in Berlin haben wir jetzt schon Sommerferien, Leute, ich weiß. Viele haben erst in 5 Wochen oder so, in Berlin haben wir jetzt schon, glücklicherweise. Und daher hat unsere Lehrerin im Prinzip bei der Zeugnis-Ausgabe, ja wie soll ich sagen, die halten ja davor mal Reden, bevor sie die Zeugnisse gefühlt ausgeben, halten sie immer so eine 2-Stunden-Rede. Und das hat unsere Lehrerin auch gemacht. Und bei mir war die Rede ein bisschen besonders, würde ich sagen. War ja klar, dass es wieder bei mir ist, Leute. Ich weiß auch nicht, was unsere Lehrerin mit mir hat. Ich habe, glaube ich, schon relativ viele Storys über die Schule erzählt. Auf jeden Fall bin ich eher ein Typ in der Schule, der nicht so viel Wert auf die Schule legt. Muss ich ehrlicherweise zugeben, also ich bin kein Typ, der jetzt hier vorbildlicher Schüler ist oder sowas. Sondern auch eher jemand, der dann mal lieber das Malen vor den Stundeninhalt zieht, eventuell. Und deswegen natürlich bei den Lehrern nicht allzu doll glänzt. Und ja, dann hat sie bei mir angefangen, diese Predigt zu halten oder was das war. Und hat erst ganz normal angefangen und plötzlich wurde sie schon ein bisschen aggressiver. Weil unsere Lehrerin ist generell so eine Leute, die denkt, dass wenn sie uns anschreit und fertig macht, uns teilt auch wirklich beleidigt, muss ich sagen, dass sie damit irgendwas erreicht und uns disziplinierter macht oder uns aufmerksam auf die Schule, motivierter vielleicht sogar macht, was ich nicht so ganz verstehe. Ich meine, sie hat 5 Jahre lang eine Ausbildung genossen, eine pädagogische Ausbildung. Trotz dessen denkt sie noch sowas, dass sie uns irgendwie mit Anschreien motivieren oder disziplinieren kann. So, keine Ahnung. Och, er hat sich nach Hause tippet. Ernsthaft. Auf jeden Fall hat sie dann angefangen, mir die Predigt zu halten. Und sie ist in dem Moment ja erst tot. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. So, in der nächsten Runde angekommen. Auf jeden Fall ist sie dann vom Ton, währenddessen sie das erzählt hat, immer ein bisschen aggressiver geworden. Auch ein bisschen ausfälliger. Sie meinte so, dass ich ja ein unverbildlicher Schüler bin, dass ich absolut freche Antworten geben würde und nie im Unterricht aufpasse. Obwohl ich wirklich sagen muss, Leute, ich habe im letzten Halbjahr jetzt auch mal richtig durchgezogen. Weil ich an meinem Halbjahreszeugnis gesehen habe, dass alles so ein bisschen schleift, alles so ein bisschen hängt und ich auch wirklich... Ich meine, ich bin jetzt so in der Klasse, ich komme nächstes Jahr in die Zehnte. Und in der Zehnten ist es ja wirklich schon entscheidend, was man für Noten schreibt. Daher habe ich im letzten Halbjahr auch noch ein bisschen reingehustelt, da ich echt nicht von dem Notendurchnutzer bleiben wollte. Auf jeden Fall meinte sie dann so, dass ich ja, wie gesagt, freche Antworten gebe und disziplinierter Schüler bin. Dass ich ja nichts für die Schule machen würde, wirklich gar nichts. Und dass ich ja nicht aufpassen könnte, also so ein richtiger Mist in einem richtig, richtig aggressiven Ton. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, Leute. Kennt ihr von Fuck You Goethe? Diese eine Lehrerin, die von der 10B so ein bisschen auf den Arm genommen worden ist. Okay, ich habe beide Glück gehabt. Als sie dann auf den Arm genommen worden ist, hat sie so übelst rumgebrot, übelst rotes Gesicht bekommen und sowas. So müsst ihr euch das vorstellen, falls ihr Fuck You Goethe 1 kennt. Nur halt nochmal 10 bis 20% mehr. Also noch lauter und aggressiver. Ihr Kopf war rot, Alter. Ich habe gedacht, sie schlägt mich gleich gefühlt. Also es gibt im Prinzip noch einen Plot Twist in dieser Story, Leute. Ihr müsst euch vorstellen, sie hat mir dann so 20 Minuten, glaube ich, hat sie für mich gebraucht. Also wirklich, sie hat für jeden nur 5 Minuten, für manche nur 3 Minuten gebraucht. Mir hat sie 20 Minuten da irgendwas erzählt, weil sie sich in irgendeinen Film geschoben hat, den absolut keiner aus meiner Klasse versteht. Meine Kumpels meint dann auch so, hey, zu mir, Bruder, was ist denn da gerade passiert? Und ja, nachdem sie mir dann 20 Minuten eine Predigt gehalten hat, hat sie mir mein Zeugnis gegeben. Und jetzt kommt der Türste an der ganzen Sache, Leute. Was mich auch dazu bewegt, diese Story hier zu erzählen, weil es einfach absolut kackend reist ist, meiner Meinung nach. Sie hat mir mein Zeugnis gegeben, Leute. Und wisst ihr, was auf meinen Sozialnoten stand? Und was glaubt ihr, was stand auf meinen Sozialnoten? Keine 4, keine 5, keine 3. Meine Sozialnoten waren voll mit 2. Also war ich im Prinzip ein guter Schüler für die Lehrer, die die Noten gemacht haben. War ich ein guter Schüler, im Prinzip die ganzen Lehrer, die Fachlehrer treffen sich ja. Und dann machen die eine Besprechung und geben halt die Sozialnoten. Und ich war komplett 2. Ich war komplett ein zweier Schüler. Ein guter Schüler von Sozialen her. Dafür hat sie mir davor, bevor ich mein Zeugnis bekommen habe, hat sie mir dafür, dass ich ein guter Schüler bin, 20 Minuten in einem aggressiven, schreienden Ton eine Predigt gehalten, was ich ja für ein Kack-Schüler bin. Das gar nicht geht, wie ich so drauf bin. Und dass ich mich ja nicht so verändern soll. Also wir haben im Prinzip einen Schüler, der heißt Tom in unserer Klasse, der malt nur freche Antworten, ist nicht unbedingt die Vorzeige-Schülerin von der Art, der ist ja ganz korrekt. Und da hat sie mir halt gesagt, dass ich nicht so werden soll wie er. Was ich absolut nicht verstanden habe, weil man auch keinen schlechten Schüler irgendwie als Vergleich nehmen sollte, weil er war ja dabei, Alter. Er war ja wirklich dabei. Oh, die haben wir. So, keine Ahnung, ich kann diese Art gar nicht nachvollziehen, dass sie mir eine 20 Minuten Predigt hat in einem aggressiven Unterton. Und das auch wirklich mit einem aggressiven Gesichtsausdruck dafür, dass ich am Ende nur zwei Jahre auf dem Zeugnis habe, so. Keine Ahnung, Leute, falls ihr komische Storys aus eurer Schulzeit habt, schreibt sie mir mal in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Und falls ihr einen zweiten Teil wollt, wo ich Schulstorys von mir erzähle, die nicht so ganz in das Bild einer Schule gepasst haben, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben, Leute. Ich würde sagen, ich hoffe, euch hat alles gefallen. Bewertet gerne das Video und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Musik 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 Musik